Jahreshoroskop, Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes, weil sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, von Bewegung, Sonne, Mond und die Planeten anderes ist als in westlichen Astrologie. Liebe Neenurava, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Dieses Bild bleibt so stehen. Das ist wie ein Momentaufnahmen über den Sternenhimmel in dem Augenblick, wo du geboren bist. Natürlich auch im Ort, wo du geboren bist. Und das ist was Persönliches, einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und das zeigt wie eine Landkarte diesem Schicksalsweg, was deine Seele ausgesucht hat. Also das Bild bleibt. Ein Geburtshoroskop bleibt so stehen. Was aber ändert sich, das bist du. Du machst Lebensschritte in sieben Jahrenperioden. Das heißt, alle sieben Jahren hast du andere Themen, was für dich wichtig ist, anderen Begegnungen. Bewegst du dich in einen anderen Boden. Und bei dir hat eine neue Periode begonnen. Du befindest dich am Anfang in Tierkreiszeichnenschütze. Das heißt, in den kommenden sieben Jahren bewegst du dich aus diesem Boden Tierkreiszeichnenschütze. Die Themen, was die Tierkreiszeichnenschütze vermittelt, das sind in den kommenden Jahren deine wichtigsten Themen. Das ist Bewegung, wie Sport, Aktivitäten. Dann ist wichtig Ausland, Auslandskontakte. Dann ist wichtig auch eine inneren Reise. Und diese inneren Reise bedeutet religiösen Themen oder spirituellen Themen. Aber wichtig ist, was ich schon erwähnt habe, die Tierkreiszeichnenschütze zeigt aber etwas. Und das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch beschreibt es unseren Wünsche, dass du das als Ziel setzt, dass du lernst, in den kommenden Jahren dich neu orientieren. Nicht nur du bewegst dich im Leben oder änderst du dich, sondern auch die Planeten. Planet heißt auch, übersetzt, beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und so wie die Planeten sich bewegen, lösen etwas aus im Horoskop. Und genau das schauen wir an. Die schnelleren Planeten, wie Merkur oder Venus, hat auch einen Einfluss auf unser Leben, aber das hat mehr was unseren Alltag betrifft. So wirklich größere Veränderungen, schicksalhafte Veränderungen lösen die langsamen Planeten aus, besonders Saturn und Uranus. Und wir schauen an, ab März 2019 und dann übergehen wir Januar, Februar 2020. Ich beginne mit dem langsamsten Planet, die letzte in unserem Sonnensystem, nämlich Pluto. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichnenschütze. Hier befindet sich Pluto. Löst bei dir etwas aus. In diesem Lebensbereich, die neunten Lebensbereich. Entweder wird es für dich sehr wichtig sein, Auslandskontakte, und dass du etwas veränderst in deinem Leben, vieles hinter dir lässt, und orientierst du dich nach Ausland. Kann auch bedeuten, dass du hier wichtige Kontakte hast, was dich innerlich stärkt, oder bekommst du Unterstützung. Bei Pluto-Energie lernst du von etwas verabschieden und im Kern der Dinge bleiben. Und diese Reise, was du machst, ganzes Jahr, weil Pluto bleibt ganzes Jahr in Schütze, sogar nächstes Jahr auch noch. Diese Reise kann natürlich bedeuten, die Auslandskontakte, dass du neu orientierst, dass du etwas aufgibst. Und könnte ich sogar vorstellen, dass du auch im Ausland lebst oder wichtige Kontakte im Ausland aufbaust. Aber bedeutet auch, dass du einen spirituellen Weg gehst und vieles loslässt in deinem Leben, was das hindert. Das kann auch Gefühle sein wie Angst. Neptun befindet sich im Tierkreis seit einem Wassermann. Neptun löst etwas aus in deinen Träumen, in deinen Träumen, in deinen Visionen. Und hier, gerade in diesem Lebensbereich, ist wichtig, erstens mit dieser Merkur-Verbindung mal Kind zu sein im Leben oder etwas spielerisch betrachten. Aber bedeutet auch, dass hier die Hoffnung hast. Der erste Lebensbereich bedeutet auch Hoffnungen, deine Träume zum Leben. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist in Tierkreis zeichnen wieder und mit indischen Berechnung bleibt Uranus ganzes Jahr im Wider. Und hier ändert sich etwas in deine Persönlichkeit, in dein Aussehen, in dein Auftreten und wirst auch anderes wahrgenommen. Uranus kann natürlich auslösen, dass hier so plötzliche Ereignisse kommen, wo du damit gar nicht rechnest. Da kommt wie ein Blitz und du musst dann da anpassen. Saturn befindet sich im Schütze. Uranus zeigt auch hier schicksalhafte Veränderungen und ich würde das mal sagen, das sind die Auslandskontakte und das hat einen Einfluss in die nächste Zeit auf dein Schicksal. Entweder hast du diese Kontakte und dadurch ändert sich bei dir etwas oder tatsächlich überlegst du, dass du in Auslande Immobilien kaufst oder auswandelst. Das könnte ich mir auch vorstellen. Jupiter befindet sich in Tierkreis zeichnen Skorpion. In diesem Lebensbereich sind auch Ämten und bei Jupiter handelt es sich auch um Gerechtigkeit und zeigt aber auch die Ungerechtigkeiten an. Es ist gut möglich, dass du hier irgendwelche ämtlichen oder gerichtlichen Themen hast. Mars befindet sich im Wider, das heißt März 2019 musst du dich wirklich durchsetzen in allen Lebensbereichen und du brauchst die Stärke, du brauchst die Kraft. Das kann auch bedeuten, dass du mit einer männlichen Person in Kontakt kommst und da ändert sich etwas in deinem Aussehen, weil dieser Mann etwas auslöst bei dir oder hat einen Einfluss auf dein persönliches Leben. Venus ist der Planet der Liebe, aber auch Schönheit, Kreativität. Mit Venus Einfluss haben wir ein bisschen Glück oder wir verschönern etwas. Es kann auch eine Begegnung sein mit einer weiblichen Person. Venus befindet sich in Tierkreis zeichnen Steinbock und es zeigt hier in dem beruflichen Umfeld, du lebst in Kreativität oder hast du einen Kontakt mit einer Frau und das im beruflichen Umfeld. Merkur ist in Fischen. Merkur ist der Planet der Handlungen. Bei Merkur Einfluss haben wir auch Terminen oder Verträgen, aber Merkur bedeutet auch die Gespräche und gerade hier in Verborgenen, wo auch die geheime Feinde sind, ist auch möglich, dass jemand schwätzt etwas hinter deinem Rücken. Kann auch bedeuten. Und Sonne ist im Wassermann, das zeigt die Monatsthemen. Das sind deine Wünsche, deine Hoffnungen, Freundschaften. Die Sonne beleuchtet, das kannst du überlegen, wer ist ehrlich zu dir, welche Freundschaften möchtest du pflegen, befestigen oder wer war ungerecht zu dir dann von diesen Freundschaften, kannst du verabschieden. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist, geht nichts voran. Oder bedeutet Vergangenheit, alte Erinnerungen. 6. März wird Merkur rückläufig. Und das kann bedeuten, dass gerade diese Geschwätze hinter deinem Rücken spürst du und es wirft dich ein bisschen zurück. Oder du erfährst etwas, das über dich geredet wurde und brauchst die Rückzug, die Erholung. Kann aber auch bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und es erscheint für dich so unheimlich, so geheimnisvoll sein. Auf die Mondbewegung möchte ich nicht eingehen, weil das ändert sich so schnell, dann wird diese Aufnahme ewig lang sein. Das kannst du im Tageshoroskop immer nachvollziehen oder zuhören, wo bewegt sich Mond und dann kannst du das auf dein Geburtshoroskop übertragen. Beim Mondenergie haben wir Einfluss auf unseren Alltag, der Mond wirkt auch aus unserer Stimmung, auf unseren Gefühlen. Aber was ich erwähne, das ist die Neumond, Vollmond und Halbmondposition, weil das löst schon was aus. 6. März ist Neumond in der Tierkreis, seinen Wassermann. Hier ist Neumond. Ein Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, nach innen schauen, die Klarheit im Inneren suchen, aber auch finden, die Orientierung. Und dann brauchst du auch mehr Ruhe, mehr Nachdenklichkeit und Thema ist deine Wünsche, deine Sehnsüchte. 14. März ist Halbmond im Stier. Halbmond ist immer Spannung. Und hier im Stier handelt es sich um dein Selbstwertgefühl, wo vielleicht zweifelst an dir selbst. Kann auch bedeuten, dass jemand verletzt dich in diesem Tag. Aber wenn es hier auch um Finanzen handelt, also da würde ich nicht empfehlen, einen Vertrag zu unterschreiben, wo gerade um Geld geht, weil du gehst in ein Risiko ein. Oder bei Einkäufe, achte auch darauf, dass du entweder einen anderen Tag machst oder dass du aufpasst, dass du nicht irgendwas kaufst, was zu teuer ist oder dass du gar nicht brauchst, was du später bereust. Und dadurch ärgerst du dich ein bisschen, dann kommt dieser Ungleichgewicht, diese innere Unzufriedenheit. Ja, warum habe ich das überhaupt gekauft? Also solche Themen kann hier ein Halbmond auslösen. 21. März ist Vollmond im Löwe. Beleuchtet dein Weg. Und hier sind Themen mit Kindern oder deine schöpferische Kraft, deine Kreativität. 28. März ist Halbmond im Skorpion. Hier ist auch wichtig, gerade in ämntlichen Themen. Das ist bei Terminen nicht so angenehm, weil das ist schwierig, etwas zu klären. Und das bringt dich auch aus der Ruhe. April. Sonne ist in Tierkreis zeichnen, fischen. Entweder schaust du in die Tiefe und bekommst du tiefe Erkenntnisse. Und das ist dein Monatsthema. Oder du erkennst, was passiert hinter deinem Rücken. Hier handelt es sich, wie ich schon sagte, oft um unseren Feinden. Dass du das durchschaust. Dass du das durchschaust, was haben sie vor, was reden sie über deinen Rücken. Solche Themen passieren auch in unserem Leben. Aber bedeutet auch dieser Lebensbereich auch die tiefe Geheimnisse oder die Ursache, die Erkrankungen. Kannst du auch erkennen hier in diesem Bereich. Und die Sonne gibt dir die Licht, die Klarheit. Und auch, dass du dein Auge öffnest. Mars ist im Stil. Das kann bedeuten, dass du dich einsetzt und handelt sich um Finanzen. Kann auch bedeuten, dass du verlangst Wertschätzung. Und da setzt du dich dafür ein. Kann auch bedeuten, dass du finanzielle Themen hast mit einer männlichen Person. Merkur ist im Wassermann. Ist rückläufig. Das kann bedeuten, dass du Kontakte hast mit Freunden. Bei Rückläufigkeit ist es möglich, dass jemand zurückkehrt von Vergangenheit. Kann auch bedeuten, dass du wartest auf eine Nachricht und es zögert sich. Und Venus befindet sich auch im Wassermann. Dieser Nachricht kann auch eine Frau sein, weil hier handelt es sich um Freundschaften. Ist auch möglich, dass du einen Vertrag unterschreibst mit einer Gruppe von Menschen wie einem Verein. Und mit einer Frau vereinbarst du das oder handelt es sich um ein Bereich Kunst, Kreativität. 11. April wird Jupiter rückläufig. Dieser rückläufige Jupiter bedeutet, dass du das Gefühl hast, du hast wenige Chancen gerade. Kann auch bedeuten, hast du ein rechtliches Thema und geht nichts voran. Kann auch bedeuten, dass bei diesem rechtlichen Thema alte Muster kommt wieder. Oder du musst noch etwas untersuchen, was in der Vergangenheit war. 25. April wird Pluto rückläufig. Das heißt, es ist schwierig loslassen. Du neigst dazu etwas festzuhalten und das macht dich unbeweglich. Entstehen Ängste dadurch. 30. April wird Saturn rückläufig. Schicksalhafte Veränderungen. Natürlich bei dieser Rückläufigkeit kommt auch karmische Themen. Saturn ist auch der Planet der Karma oder Vergangenheit. Oder wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben. Schicksalhafte Veränderungen. Also größere Veränderungen oder Entscheidungen. Schicksalhafte Entscheidungen. Dass du da drückst dich davon und entsteht auch eine gewisse Unbeweglichkeit oder Angst. 5. April ist Neumond in Fischem. Neumond bedeutet hier Rückzug und du brauchst auch diesen Rückzug. Weil das gibt dir die Kraft. 12. April ist Halbmond in Zwillingen. Hier ist Halbmond. Eine gewisse Spannung im Internet bei Kontakten oder Kontakten mit Verwandten, Geschwistern. 19. April ist Vollmond im Waage. Und hier beleuchtet etwas im Bereich Partnerschaft. 26. April ist Halbmond im Steinbruch. Eine gewisse Spannung hier im Bereich Arbeit. Was ich noch nicht gesagt habe, in deinem Geburtshoroskop sind immer die Lebensbereiche für dich persönlich sehr wichtig, wo Sonne, Mond und die Planeten sind. In deinem Geburtshoroskop und das ist deine Persönlichkeit, deine Werte, die Finanzen, die Arbeit und Gesundheit, die Loslassen, Transformation, deine Wünsche, Sehnsüchte. Und hier in diesem Bereich, wie eine neue Identität, wie eine neue Geburt, aber auch die Geheimnisse, das Leben, Erforschen und auch karmischen Themen. Also das mal in dein gesamtes Lebensweg bedeutet, das sind die allerwichtigsten Lebensbereiche für dich persönlich. Und da magst du die Erfahrungen oder interessiert dich das. Rahu und Ketu. Ketu ist die karmischen Knoten und zeigt alte Karma. Ketu ist im Schütze, aktiviert karmische Themen hier in diesem Bereich, Reisen oder inneren Reisen. Und Ketu ist ganzes Jahr und sogar nächstes Jahr ist im Schützen. Und Rahu, wo bei dir auch karmischen Themen aktiviert, weil die Lebensbereiche wird dann beleuchtet, wo du Aufgabe hast, das in Ordnung zu bringen. Und das zeigt sich hier, die Tierkreiszeiten, eine Zwillinge. Rahu bewegt sich ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch in eine Zwillinge. Und das sind Themen bei dir, Verwandten, Geschwister, da erreichen, dass du Respekt und Anerkennung bekommst. Mai 2019 Sonne ist im Wider, das heißt, du bist wahrgenommen, du hast auch die Bedürfnisse wahrgenommen zu werden. Oder du bringst etwas ins Licht oder dein Auftreten ist sehr selbstsicher. Du strahlst etwas aus. Mars ist im Stier, also bleibt im Stier, weder die Themen Finanzen, du setzt dich ein für die Finanzen oder eine männliche Person hat da einen Einfluss. Natürlich kann bei Mars-Energie auch die Bewegung sein, wie Sport oder Auto ist auch möglich. Du kaufst ein neues Auto oder hast du Autoreparatur, also gibst Geld aus für Auto oder verkaufst die Auto und bekommst du das Geld. Oder meldest du dich an in einen Sportverein und das kostet Geld, ist auch möglich. Merkur-Venus ist in Fischem. Und hier handelt es sich wieder um Geheimnisse und manchmal auch geheime Feinde. Also achtet drauf, hier ist Merkur-Venus, Gespräche mit einer Frau oder Gespräche über die Liebe. Das sind die Themen, entweder hast du deine Liebesgeheimnisse, dann sollst du schweigen. Oder jemand erzählt ihre Liebesgeschichte. Und bei Venus-Energie kann das eine Frau sein und du hörst zu. Aber es ist auch möglich, dass du einen Feinde hast. Und das ist eine Frau und die spricht über dir hinter deinen Rücken. 4. Mai ist Neumond im Wider und das bedeutet, du brauchst den Rückzug. Über dich selbst mal nachdenken oder dein Aussehen nachdenken oder deinen Auftreten oder auf dein eigenes Energiefeld achten. Und dieser Energiefeld ist auch sehr wichtig, weil das ist unsere Anziehungskraft. Und das entsteht aus unserem Inneren, aus unserem Denken und Fühlen. Dass in dieser Zeit oder diesem Tag ist wichtig, dein Selbst. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, ein gewisser Unruhe und dann brauchst du die Rückzug, die Erholung. Oder ist etwas im Wohnbereich, wo du vielleicht Reparatur brauchst. Oder jemand mischt sich da ein und das nervt dich auch oder hast du Stress mit den Nachbarn. 18. Mai ist Vollmond im Waage, hier beleuchtet die Bereich Partnerschaft oder du möchtest die Klarheit. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, hier oben gewisse Stress, Unruhe in Arbeit. 27. Mai ist Halbmond im Juni, Venus ist im Wider und das bedeutet, du achtest besonders auf dein Aussehen. Das kann auch bedeuten, du veränderst etwas, neue Frisur oder neue Kleider, ändert sich etwas auch in dein Auftreten und du achtest auf deine Weiblichkeit. Sonne und Merkur ist im Stil. Wichtiges Monatsthema sind die Finanzen. Mit Merkur kann es bedeuten, dass du hier Termine, Verträge hast und das hat mit Geld etwas zu tun. Oder gibst du Geld aus für ein Seminar oder kaufst ein Buch. Mars ist in Zwillinge. Entweder setzt dich durch bei deinen Geschwisterverwandten oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person. Das kann auch Internetbekanntschaft sein. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Du erinnerst an jemanden, Vergangenheit oder hast du viele Gedanken über deine Kindheit, eine gewisse Nostalgie. Ist da möglich? Juni passiert etwas sehr, sehr Wichtiges. Das heißt, Saturn ist der Planet der Karma. Diese Rückläufigkeit von Saturn zeigt auch Vergangenheit karmischen Themen. Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch alten Themen. Ketu ist die karmischen Knoten für die Vergangenheit. Diese drei stehen in einer engen Konjunktion. Das heißt, sie wirken gemeinsam hier im Schütze und löst hier etwas aus. Und das sind Vergangenheit karmischen Themen auch. 3. Juni ist Neumond im Stier. Du sollst nachdenklich sein über deine Finanzen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Eine gewisse Unruhe, was die Kinder betrifft. Oder du möchtest deine Kreativität leben, aber du traust es nicht zu. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion. Und es ist wichtig, dass du die ämtlichen Sachen geregelt bekommst. Dass du mehr Klarheit bekommst. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Du hast das Gefühl, dass alles so, diese Nervosität auch in deiner Umgebung. Oder fehlt dir Vertrauen. Es ist wichtig, zurückziehen, die Ruhe bewahren. Juli 2019. Sonne Venus ist im Zwillinge. Wichtige Themen sind Medien, Internet, Schulungen, aber auch Verwandte, Geschwister. Das ist das Monatsthema. Und Venus zeigt deine Kreativität oder die Verbindung zu einer weiblichen Person. Mars und Merkur ist im Krebs. Das kann bedeuten, dass du kraftlos fühlst. Das wäre die Marsenergie. Und brauchst eine gewisse Ruhe zu Hause. Und Merkur kann auch Wissen bedeuten. Du liest ein Buch und entspannst du dich. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person schreibt dir. Kann auch bedeuten, du unterschreibst hier einen Vertrag. Ein Mann spielt hier eine Rolle und trifft eine Wohnsituation. Oder kommt ein Handwerker im Haus und stellt die Rechnung. Oder kommst mit diesem Mann zum Gespräch. Und das hat auch eine Bedeutung. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumund in den Zwillingen. Hier ist wichtig nachdenklich zu sein. Wie ist die Verbindung zu deinen Verwandten? Mit wem hast du Kontakt im Internet? Oder was sollst du lernen? 9. Juli ist Halbund im Jungfrau. Du brauchst die inneren Gleichgewicht, weil das stärkt deine Gesundheit. Hier spürt man die Nervosität. Und weil in deinem Geburtshoroskop auch Uranus hier ist, was astromedizinisch über das Nervensystem herrscht. Also in diesem Halbmond achte auf die inneren Ruhe. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Hier ist dieser Neumund, Rückzug, Nachdenklichkeit, karmischen Themen, Vergangenheit, bei Finsternis sowieso. 25. Juli ist Halbmond im Fischen. Wieder die Nervosität, wo du wirklich die Ruhe und den Rückzug brauchst. 20. Juli ist Halbund im August 2019. Die Skorpion übergeht Schütze, wird rückläufig, dann kehrt sie wieder zum Skorpion zurück. Und jetzt August. Sonne, Mars und Venus ist in Tierkreis zeichnend Krebs. Und das kann bedeuten, dass du setzt dich ein für deine Wohnsituation. Das ist dein Marskraft hier. Die Sonne zeigt auch die Monatsthemen, das für dich das wichtig ist. Und du verschönerst etwas in Wohnung oder Haus. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person einen Einfluss hat. Und hier handelt es sich um die Liebe. Und das ist ein gemeinsames Zuhause oder kommt dieser Besuch. Merkur ist in Tierkreis zeichnende Zwillinge. Und hier hast du die Kontakte mit Verwandten, Geschwistern, viele Begegnungen. Merkur setzt hier viel in Bewegung, im Zwilling sowieso. Das ist sehr beweglich. 12. August wird Jupiter direktläufig. Das heißt, hast du mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, mehr Glück. Auch endlich geht alles voran. 12. August wird Uranus rückläufig. Und das löst aus, dass du Angst bekommst vor Veränderungen. Aber du sollst dieses Gefühl loslassen, weil das blockiert immer. Aber kann auch bedeuten, dieser rückläufige Uranus, dass plötzlich taugt jemand auf von Vergangenheit. Und du rechnest damit gar nicht. 1. August ist Neumond im Krebs. Und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Wohnsituation. 7. August ist Halbmond im Waage. Eine gewisse Spannung in die Partnerschaft. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Und da sind die Chancen, beruflich etwas zu verbessern. Da bekommst du auch mehr Anerkennung, Ansehen. 23. August ist Halbmond im Wider. Unsicherheit, Nervosität. Und 30. August ist Neumond im Löwe. Hier ist Neumond. Wieder Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Kindheit, über das inneren Kind. Und in diesem 30. August wird dieser Neumond von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen und befindet sich im Tierkreis zeichnen Löwe. Und das ist die Herz der Löwen. Und da sollen wir gerade bei Neumond mal nachdenklich sein, darüber meditieren, unserem Herzes Angelegenheit. Und hier handelt es sich um deine Kinder oder dein inneren Kind oder deine eigene Kindheit. Ohne mal Kind zu sein und dieses Herz öffnen und nachschauen, was begeistert dich, was sollst du tun. September 2019 Sonne, Mars, Venus, Merkur. Alles ist im Löwe und es ist wichtiges Thema, deine schöpferische Kraft, das Leben zu genießen, dein inneren Kind oder deine Kinder. Das sind die wichtigsten Themen. Fließt auch ganz viel Energie hier in diesem Bereich. September erleben wir was Wichtiges. Saturn wird direktläufig, ändert sich die Richtung oder in unserem Schicksal ändert sich etwas. 19. September wird Saturn direktläufig. Das wird bei dir hier im neunten Lebensbereich. 6. September ist Halbmond im Skorpion. Wichtig ist loslassen und im inneren Gleichgewicht bleiben. Alles was dich nervt, damit nicht beschäftigen, sondern darüber stehen und in Kraft bleiben. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Hier sind Freundschaften, was für dich wichtig ist. Klär sich etwas auf oder achte auf deinen Wünschen, damit du Klarheit bekommst, was möchtest du erreichen. 22. September ist Halbmond im Stier. Auf dem Geld achten, das kann verloren gehen oder gibst du Geld aus und bereust du das. 28. September ist Neumond im Löwe. Ein gewisser Rückzug. Auf dem inneren Kind achten, nachdenklich sein. Auf deine Kreativität, deine schöpferische Kraft oder Themen Kinder. 29. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Wichtiger Thema ist Arbeit, Gesundheit und Merkur ist im Waage. Das kann ein Vertrag sein, aber Merkur, auch Nachricht von jemandem, das trifft deine Partnerschaft. In diesem siebten Lebensbereich unterschreiben wir oft auch Verträge. Also ist auch möglich. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Und hier in diesem Bereich reisen, kommt ein gewisser Unklarheiten, Unsicherheiten oder jemand meldet sich von Ausland und kommen Unstimmigkeiten. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen und das ist sehr wichtig, in die Tiefe schauen, Erkenntnisse bekommen. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, eine gewisse Spannung im Internet oder Spannung mit Geschwister, Verwandten. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Nachdenklich sein, was möchtest du beruflich erreichen noch oder brauchst du die Ruhe, weil das braucht deinen Körper, deine Gesundheit. Sonne ist im Waage. Also wichtiges Monatsthema ist die Partnerschaft. Mars im Skorpion und Merkur wehen. Mars ist im Jungfrau. Mars ist im Jungfrau. Und das bedeutet, du setzt deine Kraft ein für die Arbeit oder musst du viel tun. Das kostet alles Kraft, aber kann auch bedeuten, dass du mit deinen männlichen Personen Kontakt hast, im Gesundheitsbereich oder in Arbeit. Und Merkur und Venus ist im Skorpion. Jupiter auch. Und das kann bedeuten, bei Venus Energie, das Thema Sexualität, aber bedeutet auch Ämten und mit Merkur Energie natürlich auch Terminen, Verträgen. Und mit Venus heißt es, mit einer weiblichen Person hast du diese Verträgen oder Terminen etwas im Amt zum Klären. Zwischen 1. November und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist wieder direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig und lässt zu, dass du deine Träume lebst. Geht alles vorwärts. Du hast dieses Vertrauen, dass deine Vorstellung, deine Wünsche jetzt endlich mal zum Erfüllung geht. 4. November ist Halbmond im Steinbock, eine gewisse Spannung in die Arbeit oder bist du übersehen und das macht dich unsicher. Du wirst übersehen und das macht dich unsicher. 12. November ist Vollmond im Wider und das bedeutet hier, für dich wichtig ist wahrgenommen zu werden oder die Wahrheit zu erfahren. 19. November ist Halbmond im Krebs. Das kann bedeuten, dass da eine gewisse Spannung da ist oder fühlst du dich unsicher, Nervosität, brauchst die Rückzug, die Erholung und bleibst zu Hause. Kann auch bedeuten, dass etwas ist in der Wohnung, Reparatur oder das sind Kleinigkeiten, weil die Mondenergie löst keine großen Ereignisse aus. Aber das gehört auch zum Alltag. 26. November ist Neumond im Wagen. Nachdenklich sein über die Partnerschaft oder mit deinem Partner hast du diesen Rückzug, möchtest du mit ihm mal alleine sein. Dezember Sonne ist in Skorpion. Das ist für dich die Transformation. Die Sonne symbolisiert dein Selbst. Das ist auch das Monatsthema, deine Selbstfindung. Mars und Merkur sind im Wagen. Ein Gespräch über Partnerschaft oder eine männliche Person. Such dieses Gespräch oder bekommst du Nachricht. Und Venus ist im Schütze. Und es kann Kontakt sein im Ausland mit einer weiblichen Person. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann. Da entsteht eine gewisse Spannung im Bereich Freundeskreis. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Du möchtest mehr Klarheit über deine Finanzen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Eine gewisse Spannung mit den Kindern. Oder du traust etwas nicht zu. Fehlt die Lebensfreude. Du nimmst alles so ernst. 26. Dezember ist Neumond. In Schütze. Hier ist die Nachdenklichkeit. Sollst du, sollst du nicht. Thema ist Reisen, Ausland oder spirituellen Themen. Januar 2020. Uranus ist rückläufig im Wider. Das bleibt. Mars ist im Skorpion. Entweder musst du dich durchsetzen im Ämtern. Oder eine männliche Person hat einen großen Einfluss auf dich. Und aktiviert bei dir Themen Sexualität. Art Lebensbereit. Ist es auch möglich. Sonne, Merkur und Jupiter ist im Schütze. Jupiter bleibt dann auch im Schütze. Merkur und Sonne natürlich. Dann wird schnell da verabschieden. Aber das ist der wichtige Lebensbereich. Jupiter gibt dir die Chancen, Möglichkeiten. Auch das Wissen, wenn es um Spiritualität geht. Aber auch Kontakte im Ausland sind möglich. Und Venus ist im Steinbock. Du lebst deine Kreativität in Arbeit. Oder im beruflichen Umfeld hast mit einer Frau Kontakt. Und jetzt Februar 2020. Uranus bleibt und wird direktläufig. Ändert sich die Richtung und bewegt sich alles voran. Das sind persönliche Umbrüche und Veränderungen. Rahu Ketu bleibt Zwilling schützen. Mars bleibt in Skorpion. Sonne ist im Steinbock. Sonne ist im Steinbock. Wichtiges Thema ist Anerkennung, Ansehen, Respekt zu bekommen oder deine Berufung zu leben. Und Merkur und Venus ist im Wassermann. Und hier handelt es sich um deine Hoffnungen und Wünsche, aktiviertes. Oder Kontakt mit einer weiblichen Person, Gespräche zu führen. Kontakte im Freundeskreis oder neue Kontakte ist auch möglich. Liebe Nianuraba, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.